Wie Berlin, wie Lisa Kasper, wie Crystal Palace. Wir laden euch ein zum Christmas Private Recording Gig. Für 30 Gäste mit offenen Ohren und einem Kissen unter den Armen werden sich die Türen öffnen am 5. Dezember 2011 um 19 Uhr in Berlin zum Christmas Private Recording Gig. Lisa Kasper aus Irland und Crystal Palace aus Berlin freuen sich, einem magischen Moment Musik auf CD zu bannen. Wer dabei sein möchte, schickt bitte eine Mail an fristepalace.web.de Also nicht vergessen, am 5. Dezember um 19 Uhr zusammen mit Lisa Kaspert bei uns im Studio. Mailchicken an crystalpalace.web.de www.dezember.de 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 www.dezember.de